Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Command Conqueror Tiberium Wars. Letzten Part sind wir in Rom hier stehen geblieben und haben Gegner vernichtet. Ja also die Squints sind jetzt hier in Rom vernichtet. Bis vielleicht auch hier ein paar Gebäude existieren die Squints hier nicht mehr. So jetzt refft Nott uns an. Wir geben aber auch nie auf. Aber von mir aus. So. Ihr stellt euch mal hier so auf. Wir stellen euch mal hier so auf. Okay. Von mir aus. Wenn Nott den Kampf haben will soll ihr ihn bekommen. Wir haben uns gerade hier ein bisschen ausgekundschaftet. Das hier müsst ihr eigentlich super hinhauen. Ja die gehen auch alle dahin. Genau genau genau. Bitte die Kasernen weghauen. Perfekt. Wisst ihr was das heißt? Das hier. Ne geht das nicht? Ach schade. Ähm. Scharfschützen sind eigentlich schon so gut wie bereit. Unsere Befehle. Wir brauchen den Kommando. Ausbildung. Wenn das funktionieren soll. Einheit befördert. Das ist das Gebiet sicher. Das ist das Gebiet sicher. Das ist das Team 3. Wir sind startklar. Äh. Aber wir verstanden. Ne warte mal. Das ist das Team 2. Hier Feierhawk. Wir müssen mal schauen ob der überhaupt bei irgendwas nachbauen tut. Ich denke schon. Ah das geht da eigentlich gar nicht. Da verdammt. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Feindliche Stützung in sich. Baut er was nach? Sieht zwar nicht so aus aber. Sicherledige das. Jetzt können wir sie von hinten attackieren. Unsere Basis wird angegriffen. Und zwar die Bauhung bitte. Mal sehen ob sie das schaffen. Schafft ihr das? Ah. Perfekt. Dann werdet ihr mal hier mal hochgehen. So ungefähr. Dann wollen wir hier noch ein paar Bitbolts hinterher. Gut. Dann zerstellen wir mal den Rest hier. Ich finde das passt überhaupt nicht zum. Naja es passt einfach nicht. Der Vertigo stürzt ab ohne Flughafen. Sehr nettes Ding. Ohne Flughafen stürzen Vertigos und Firehawks einfach ab. Sehr nette Eigenschaften. Ich glaube Orcas stürzen auch ab. Wenn sie keine Munition mehr haben. Also sowieso ein Ionekanon ist schon richtig mächtig. Wenn man richtig trifft. Dann nehmen wir das mal anders. Nehmen wir das so schön anzustellen. Das, 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 das. Warte mal. Das, das, das. Geht mal irgendwie so voraus, dass ihr, dass ihr überhaupt was sehen könnt. Ich regle das. Juggernaut. Was sehen Sie? So, die sind natürlich blödsinnig. Scharfschützen sind jetzt blödsinnig geworden. Hier Juggernaut. Na ja. Man kann's ja nicht wissen. Oder. Okay, können sie ja noch ein bisschen mehr vorausgehen. Das soll zum Beispiel kaputt machen. Und vielleicht können die hier noch irgendwie hinschießen. Ziel wählen. Ja, sie können das da kaputt machen. Wie sieht's aus? Dann zerstört man das da. Willst du mit euch aus? So, Not ist auch Geschichte. Gleich geht's schon einmal das Kraftwerk. So, wie sieht's hier aus? Zack, 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 zack. Gut. Kämpft sie nieder. Kämpft sie nieder. So, der Obelist hier wird auch schon beschossen. Einheit befördert. Und jetzt haben sie überhaupt keinen Satz mehr. Zack, 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 zack. Gut. Kommt mal hier runter. Ja, wir haben sie. Zerstört man den Panzer vielleicht. Wo verstecken sie sich? Attacke. Zack, 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 zack. Ja, dann den Rest. So, ihr macht das ganz gut. Feuer frei. Das ist ja glaub ich an die Autoprojektoren. Scanner Packs. Ja. Wir sind hier. Okay. Dann haben wir noch hier so... Ja, das war's eigentlich. Das war's mit Not. Soviel zum Thema Not. Dann das zerstören. Dann den Generator da oben. An den Turm. Korrigiere. Dann haben wir gewonnen. Bitte das zerstören. Einheit wird angegriffen. Die Buzzer sind die richtig ekligsten Gegner. Und dann hier das. Ja, jetzt hab ich natürlich meine eigene Einheiten... Naja, egal. Kann passieren. Zack. Da ist unser Ziel. Kaputt. da 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 kaputt zielgleichen reichweite da ist unser ziel ja und das ja jub zerstört womöglicher öffnen sich einsatz der alien turm ist ungeschützt not ist nicht mehr da alien devastator nähern sich unserer basis von wo denn the alien de west devistator ich will gerne zu dem wohnen sind jetzt wird angegriffen einheit verloren feindliche einheiten in sich auch da knallt die mal ab sagt immer noch ich bitte um die hier wo sind diese der weste doch aber dass da jemand jetzt alles kaputt ist wo wir sowieso auf die jungen kanone erwarten müssen unsere befehle einheit gefördert unsere basisse angeboten ja von was denn ach so denkt ihr so leicht geht das denkt ihr so leicht geht nämlich alle einheit wird angegriffen bestimmt nicht fahrt mal zurück ne 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 nicht mit mir versucht was ihr wollt das wird nix äh ihr geht mal hier hören ich glaube hier waren noch ein zwei einheiten warum das hier so komisch aussieht weiß ich nicht aber nur gut zack 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 was wenn da was für ein harter gegner der kollege ist auch schon tot wir räumen immer den rest auf wir sind startklar roger mal schauen was es sonst noch gibt roger ich kann euch hier hochfliegen gucken ob da noch irgendwie lufteinheiten sind die wir jetzt gerade mal abschießen können ansonsten warten wir so eine minute auf die jungen kanone es war eigentlich eine recht coole mission wie soll das hier das hat mir gefallen in sich ähm ach ja so ein ding warte mal sehr so nähere mich der landezone fliegen ja warte mal ist hier noch eine kursbesteinheit feindliche stützpunkt in sich die einheit wird angegriffen der turm ist ja riesig einheit oha ähm das hat mir nicht ganz gut gefallen die aliens und die avatare wenn sie sich gegenseitig verprügelt haben und mich in ruhe gelassen haben ganz nette sache so das attackieren das das und dies auf geht's truppa los jungs los jungs achso warte mal egal truppa ja ich zähle auf euch feindliche stützpunkt in sich genau ja die jungen kanone zünden wir gleich jetzt erstellt man den sammler wir machen hier das noch alle unterwegs ähm pitbulls kommt mal hier rüber so was brauchen sie los jungs wir können euch noch darum los ihr beschließt mal bitte den turm dort das dürfen sie eigentlich ganz gut schaffen ja funktioniert auch ganz gut haben wir noch ein Blatt und später das war ich noch alle die mache ich noch alle genau schießt sie ab zack 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 also im Vergleich zur letzten Mission sind hier wirklich sind die jetzt normaler Stärke letzte Mission waren diese Leiter alle total schwach zack und die hier nochmal zack der Dorn ist auch weg ok das bedeutet finaler schuss gegen den Turm in Rom ziel wählen Ali Viderci nee Ari Viderci nee ah miss egal wie heißt das Ali oder Ari oder Abi Egal stirb zack 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 ziiiit und bumm zerstören sie den Alien Turm erfüllt oha der ist aber ganz weg Mission erfolgreich gewonnen ja gesiegt 31 minuten geht ja noch neutralisierte Gegner 207 36 verloren 82 gebäude zerstört verloren 14 gebäude also ich bin der Typ die gerne mit Taktik kämpft also die Tatsache dass wir mit drei Soundtrooper die ganze Nordbasis verdichtet haben das ist schon beeindruckend also wenn man es richtig macht dann geht das eigentlich ganz gut schwer gut alle bonus wieder erfüllt wumms ok der ground zero ich glaube das war die letzte Mission nämlich wenn ich mich nicht täusche ich kann sagen dass ich mich auch täuschen tue auf jeden fall ich hoffe der Partei hat euch gefallen gebt ein like und einen kommentar falls er euch gefallen haben sollte ansonsten sehen wir uns das nächste mal wieder bei Command und Kampf mehr Tiberium Wars ich bin der Wanky Wanky und sage jetzt ade